ja hallo hier ist bens let's play can chill also kanal von youtube ja heute spielen mit ein kleiner teil von unseren clan und zwar sind wir aus ncas wir sind keine hacker wir sind keine cheater wir spielen ganz clean und zwar spielen heute mit kinderaffe 587 auch ben genannt und ja und aber wenn du an zwar mit der benny genannt und das sind die beiden schützen und ich bin hann unter eins ich bin der sebastian ich werde heute das ganze spiel auch kommentieren und leiten und bin auch anführer von unserer klaren ich wenn einer keinen kahn hat und dieses video sieht wir freuen uns immer wieder auf netten lustigen leuten wir sind kein klaren der irgendwie auf training aus ist nein wir sind ein klaren der play for fun unser motto hat und zwar spiel und spaß also abonniert wenn die kanal und ich freue mich schon wenn ihr auch mal unseren klaren zukommt wir haben ein ts und wir als server und wir haben ein und wir haben alle aus skype also größteils skype und wir haben einen neben test und das ist bennys ts also abonniert benni und wir sehen uns vielleicht auf mein ts oder skype hoffentlich geht jetzt alles mit benni klar das geht jetzt geht er ein bisschen schneller ich bin drin so ich hätte gerne dass benni zuerst läuft danach läuft ben also zuerst benni dann läuft ben dann auf ich ich kenne die mitschuld auswählen los benny warte benny warte wenn warte laufen abstand laufen wir pass auf wenn die folie so weiter vorgucken langsam ich schleiche jetzt warte ja schlecht vorgucken gleich vorgang gleich vorgang wenn auch ein bisschen ja wuppela wuppela warte beim gesicht auf drei uhr und auf 11 uhr hat den längst und gesehen wir müssen die müssen die missionen beachten so slight geht zu machen und sowas auch scheine fahrt aber auch scheine verbraucht ja ich hab gut okay ich mach mal hier das leidke also versuche ich grad der beginnt runter ich schleiche scharfschütze den ich schon nicht ganz knapp nein es gibt doch mal hey das gibt es nicht auch ein zweiter und zehn schalldämpfer es hat abgeschossen Jo ja wenn ganz hinten wieder warte warte hab den nur der ist tot kann man es nirgendwo hier kann man nirgendwo slidekills machen alles so uneben ja aufpassen hier unten ist einer den kann man seit dem wohl doch nicht warum ist das jetzt so anders hier auch da ist auf hohen weiter kommen vorne nahkampfkämpfer ja da kommen ganz viele so aber schon ich hätte schon meine kanate bereit die kommen jetzt ich probiere mal hier ein slidekill hinzulegen hat eingelog gemacht ja einer hat doch geklappt steh nicht wieder auf höh der hat sich einfach weggebeamt ja ach komm nerf nicht komm mal zu fessi du brauchst brauchst munition ja jetzt nicht mehr ja keiner fasst meinen Tarn an wir müssen die Stellung gleich an dir einnehmen so ich hätte gerne das rechtlich zwei schützen rechts laufen ich laufe links lang ich hab schon mal granate verstanden? ja ja schon gut warte jetzt bitte 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 ja hat nicht ganz gut aber bis jetzt üben sie auch noch ja noch eins dann haben wir es machen wir mal knackte Tür und ich geh grad steh vor der Tür also ich mach weiß dann da kommt gleich einer das weiss Jo und er war so so dieếtze auch draußen sind auch noch alle gemacht jetzt jetzt geht's dann jetzt geht's ab so es mont hat aven Já Mit ich will mal hier mit meinen Pistolen-Bajonett arbeiten Tu schlechter Nein so geflankt geht Gebrückendeckung, wenn ich so so anschafe Wommst du schon? Ja, mache ich schon Drei, Zwei, Eins Drei, Zwei, Eins Was macht man? Komm doch her jetzt Alter Gehst du auf die Nerven Ja, ich habe mich beschossen Moment, ich bin verrückt Hier sammeln wir mal Wollst du nachrüssen? Hilfe Hilfe Schaffschüsse auf ganz oben Den habe ich Verstanden Ich glaube ich habe einen Lecks Das wäre nicht krall Ich entschärfe, geh mal Rückendeckung Ich kümmere mich hier um die Ecke Hey Jetzt Ich suche ein bisschen hier Ich suche ein bisschen hier so ein bisschen kurz vor Ende auch ein Funktion und ist die Vektor gut oder wie beißen auf Platz 1 jetzt nicht mehr hatte gerade zweimal 730 es gab kommen wir gehen näher ran ohne zu sterben natürlich ich hab noch eins schon mal gesehen jetzt sind sie ja alle weg du warte ich hab noch einen gesehen ich hab einen gesehen wo 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 der ruhig der ist wahr der war was hinten mir eingeschlichen der ist schon tot dann kommt abzahlen er hat sich die darfst du auch mal hier doch so und sohn ja wir sind ja mal ganz viel Spaß wieder am meisten wenn ich der Wäsche zu töten das auch nicht geht weil einfach übermächte starken Es ist halt so, der Führer ist immer überwächtig stark, der ist halt der Führer. Ja, wenn euch das gefallen hat, so eine kleine Einführung, das war nur leicht und wir haben auch nicht ernst gespielt, sondern halt so ein bisschen Nagel-Fari. Deswegen ist auch Benni zweimal gestorben. Ja, wenn euch das gefallen hat und ihr uns mal richtig in Action leben wollt, dann abonniert seinen Kanal und wenn ihr Warface habt, und euch runterlädt, dann gebt doch einfach mal hanuta1 ein und das habe groß geschrieben und dann melde ich mich auch. Vielen Dank und ich sage euch bis zum nächsten Mal.